Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Folge lautet Chancen an den Rentenmärkten. Wir haben Mittwoch, den 5. Oktober. Der DAX notiert aktuell bei rund 12.600 Punkten. Das sind etwa 150 Punkte weniger als bei unserer letzten Folge. Mein Name ist Michael Winkler, herzlich willkommen. Doch bevor wir mit den Chancen an den Rentenmärkten starten können, habe ich Ihnen noch zwei andere Themen mitgebracht. Erstens das Chaos in UK, über das wollen wir uns ausführlich unterhalten, weil das auch entsprechende Auswirkungen auf alle Märkte in den letzten Wochen hatte. Zweitens schauen wir uns kurz den Aktienmarkt an unter der Überschrift Pessimismus pur. Und dann kommen wir drittens zu den Chancen an den Rentenmärkten. Ja, was ist los in UK? Wir haben ja in unserer Eurozone auch genügend Probleme, aber was die Briten seit dem Brexit veranstalten, steht dem in keinster Weise nach. Unter der Überschrift, als ob es nicht schon genügend Probleme gibt. Dann macht man sich eben selbst noch zusätzlich welche. Was ist in UK in den letzten Wochen passiert? Beginnen wir von vorne. Zum einen hat die Bank of England ganz planmäßig, wie alle anderen Notenbanken zurzeit auch, die Zinsen erhöht. Und zwar im letzten Zinsschritt vor zwei Wochen um 0,5 Prozentpunkte auf ein Leitzins von zwei ein Viertel. Warum macht die Notenbank das? Sie macht es aus demselben Grund wie alle anderen Notenbanken weltweit momentan auch. Sie möchte die hohen Inflationsraten bekämpfen. Die liegen in UK zurzeit bei etwa gut 10 Prozent. Und die Vorhersagen bis zum Jahresende erwarten sogar noch eine Steigerung bis auf in der Spitze 13-prozentige Inflationsraten. Also hat das Thema Bekämpfung der Inflation aller oberste Priorität. Das ist das eine. Direkt nach der Leitzinserhöhung vor zwei Wochen fällt der britischen Regierung nichts anderes ein, als das größte Steuersenkungspaket seit Jahrzehnten zu verkünden. Das war natürlich eine Maßnahme, die mit der Notenbank in keinster Weise kommuniziert oder abgesprochen war. Entsprechend überrascht war die Notenbank. Warum war sie überrascht? Weil eine große Steuersenkung, eine große Steuerentlastung in der Höhe von vielen geplanten Milliarden, natürlich stimulierend, konjunkturunterstützend und damit eher inflationstreibend wirkt. Und das ist leider ganz genau das Gegenteil von dem, was die britische Notenbank mit ihrer Geldpolitik momentan macht. Sie möchte inflationsbremsend wirken. Sie möchte eine restriktive Geldpolitik haben. Sie möchte die Konjunktur abkühlen, damit die Inflationsraten herunterkommen. Diese Maßnahme der Regierung war in keinster Weise abgesprochen. Und was war das Ergebnis in den letzten zwei Wochen? Ein Ausbruch an Chaos an den britischen Finanzmärkten. Anders kann man es nicht nennen. Schauen wir uns den Wechselkurs des britischen Fund zum US-Dollar an. Unter der Überschrift, das britische Fund kollabiert, hatten wir direkt nach Verkündigung der Regierungsmaßnahme einen panikartigen Kursrutsch an den Devisenmärkten innerhalb von kürzester Zeit in Höhe von rund zehn Prozent, der jetzt dann inzwischen auch schon wieder einigermaßen korrigiert wurde und sich das Fund erholt hat. Aber eine zehnprozentige Schwankung zum Dollar, das ist eher das Kursverhalten einer Währung einer Bananenrepublik, aber nicht eine der fünf größten Währungen der Welt. Dieses Chaos an den Währungsmärkten blieb natürlich nicht nur auf die Währungsmärkte beschränkt. Es hatte auch unmittelbare Auswirkungen auf den britischen Rentenmarkt. Und jetzt sind wir in diesem Jahr sowieso in einer Phase an den internationalen Rentenmärkten, bei denen die Zinsen aufgrund der Notenbankzinserhöhungen steigen weltweit, auch in UK. Vom Jahresanfang etwa von einem Zinsniveau für britische Staatsanleihen von ein Prozent, ja bis in den September hinein einen Zinsanstieg auf etwa drei. Aber was auch dort direkt nach der Verkündigung der britischen Regierung passiert ist, also neben dem Absturz des Fundes, ist auch der britische Rentenmarkt kollabiert. Die Zinsen dort sind innerhalb kürzester Zeit von rund dreieinhalb auf in der Spitze viereinhalb Prozent gestiegen. Also ein ganzer Prozentpunkt. Das führte dazu, dass es Angst um die Stabilität des britischen Finanzmarktes insgesamt gab. Es kamen auf einmal befürchtete Probleme bei britischen Pensionsfonds auf die Tagesordnung. Und dann passierte etwas, was genau zu diesem ganzen Chaos wirklich gepasst hat. Die Bank of England, die eigentlich den Zins erhöhen möchte, das Geld verknappen möchte, musste entgegen ihrer eigentlichen momentanen Geldpolitik stützend und stabilisierend in den Markt eingreifen. Das tat sie in einer Art und Weise, wie wir ihn auch von der EZB eigentlich seit Jahren schon kennen. Sie fing auf einmal an, Anleihen zu kaufen. Sie musste langlaufende Anleihen kaufen mit der Begründung, der Markt funktioniert nicht, der Markt verläuft nicht ordnungsgemäß und wir werden diese Stützungsmaßnahmen so lange durchführen müssen, bis wir wieder einen geregelten und geordneten Markt haben. Dazu kommt letztendlich, dass nach all dem Hickhack dieser letzten zwei Wochen die britische Regierung wieder einfach zurückgerudert hat und dieses Entlastungspaket doch nicht kommen wird. Entschuldigen Sie meine Worte, aber so sieht Kasperl-Theater aus. Dazu kommt eben, dass das dann nicht nur auf den britischen Markt beschränkt bleibt, sondern natürlich, wenn es einer der größten Währungsräume der Welt ist, entsprechende Auswirkungen auf alle anderen Kapitalmärkte auch hat. Das hat also zusätzlich dafür gesorgt, dass wir neben der sowieso schon vorhandenen Nervosität an den Märkten zusätzlichen Druck nochmal in Höhe von weiteren Zinssteigerungen bei allen anderen Regionen bekommen hatten und einen zusätzlichen Druck unter anderem auch auf die Aktienmärkte. Und das bringt mich zu unserem zweiten Punkt, wenn wir ein wenig über die Aktienmärkte aktuell sprechen wollen. Unter der Überschrift Pessimismus pur. Aktienmärkte jederzeit bereit für eine Gegenbewegung. Ich habe Ihnen heute zum wiederholten Male den Indikator aus den USA, der AAII-Sentimentumfrage mitgebracht. Das ist eine wöchentliche Umfrage unter den US-amerikanischen Anlegern nach der Stimmung, ob sie bullig, also positiv oder ob sie bärig, also negativ für den Aktienmarkt in den nächsten Monaten sind. Und aufgrund dieser Antworten kann man erkennen, wie denn das Sentiment, die Stimmung momentan ist. Es ist ein weltweit beachteter Indikator. Und hier ist in den letzten beiden Wochen etwas extrem Außergewöhnliches passiert. Nicht nur, dass der Anteil der negativen Anleger, die 60 Prozent Endmarke überschritten hat, was historisch betrachtet extrem hoch ist. Also man muss bis zum Jahr 2008 in der Finanzkrise zurückgehen, um einen ähnlich hohen negativen Wert zu erreichen. Dazu kommt, dass diese Umfrage in den letzten beiden Wochen hintereinander über 60 Prozent negative Anleger gezeigt hat. Und das ist historisch einmalig. Wir hatten noch nie zwei Wochen hintereinander mit negativen Sentimentwerten von über 60 Prozent Bären. Das zeigt, dass momentan ein extremer Pessimismus wieder an den Märkten herrscht. Und was damit klar ist, die kommende Rezession, wir sehen ja jetzt schon überall die Konjunkturabkühlung, in einigen Bereichen sind wir ja schon in einer Rezession angekommen, die ist inzwischen Konsens. Also sie überrascht niemanden mehr. Das ist Ausdruck dieser negativen Stimmung. Und was auch klar ist, um von diesem negativen Sentimentwert zur Situation an den Aktienmärkten zu kommen, es herrschen unverändert die mittelfristig intakten Abwärtstrends. Gerade letzte Woche zum Quartalsultimo, also zum Ende des dritten Quartals per 30. September, haben die Märkte wieder einmal auf Jahrestiefstand geschlossen. Eine ähnliche Situation, wie wir sie Ende Juni schon zum Ende des zweiten Quartals hatten. Auch dort gab es viele Wochen lang davor fallende Aktienkurse. Genau das haben wir jetzt seit Mitte August auch gesehen. Wir hatten sechs Wochen lang fallende Aktienkurse mit dem Ergebnis, dass zum Ende des dritten Quartals letzte Woche der Weltaktienindex MSCI World ein Jahresminus von über minus 26 Prozent angehäuft hat. Von diesen minus 26 Prozent sind gut sechs Prozent Minus jetzt im dritten Quartal angefallen. Speziell in der letzten Bewegung von Mitte August bis Ende September. Das zeigt mit Aktienmärkten, die weltweit eben über 25 Prozent in diesem Jahr im Minus liegen, dass die Probleme, die wir haben mit der Inflation, mit der Konjunktur inzwischen schon sehr stark in den Kursen angekommen sind. Wir müssen aber auch sagen, und wir hatten das Thema schon mehrfach thematisiert, mit unter der Überschrift Aktienmärkte auf der Suche nach dem Boden. Wir befinden uns immer noch in dieser schwierigen Phase. Und solange die Aktienmärkte immer wieder neue Tiefstände erreichen, müssen wir einfach akzeptieren, dass dieser Abwärtstrend unverändert intakt ist. Aber wir sind, und deswegen habe ich Ihnen diesen Sentimentindex, den AAII-Bär mitgebracht diese Woche, wir sind hin und wieder auch in diesen Abwärtsphasen an Punkten angekommen, an denen die Stimmung so negativ, so extrem pessimistisch ist. Und wir hatten eine ähnliche Phase eben auch schon Ende Juni, wir hatten sechs Wochen lang dort fallende Kurse, wir hatten auch dort extremen Pessimismus, dass die Aktienmärkte trotz aller fundamentalen Probleme, die wir zurzeit haben, jederzeit bereit sind für eine technische Gegenbewegung. Gegenbewegung dann im Sinne eines Kursanstiegs. Wenn wir zum Ende des zweiten Quartals zurückschauen, hatten wir auf einmal eine Anstiegsphase, die dann bis Mitte August angedauert hatte und die Aktienmärkte in dieser Phase über sechs Wochen relativ deutlich sogar zwischenzeitlich hat ansteigen lassen. Also wir konnten je nach Index durchaus Kursgewinne von 15 Prozent bis über 20 Prozent zwischenzeitlich erzielen. Und genau an einem solchen Punkt sind wir zumindest Sentimentechnik, was die negative Stimmung angeht, jetzt wieder angelangt. An Punkten, an denen der Pessimismus so groß ist, kann der Aktienmarkt jederzeit positiv überraschen. Also es braucht nicht viel, um positiv zu überraschen. Es langt ja einfach schon, wenn Meldungen vielleicht nicht so schlecht hineinkommen, wie erwartet. Auch das kann schon der Grund sein, ohne dass sich die momentane fundamentale Situation wirklich deutlich verbessert, dass die Kurse deutlich anspringen. Und eventuell haben wir in den letzten beiden Börsentagen schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Also wenn ich jetzt auf den DAX zurückkomme, wir hatten Anfang der Woche, Montagmorgen, DAX-Stände von etwa 11.800 mit extrem negativer Stimmung. So fing die Woche an. Bis Dienstagabend, also bis gestern Abend, haben wir von diesen Tiefständen in der Spitze innerhalb von zwei Handelstagen fast 900 Punkte Kursanstieg gemacht. Wir waren in der Spitze gestern im DAX fast bei 12.700. Also die Märkte sind jederzeit bereit, durchaus auch kräftige kurzfristige Kursrallys hinzulegen und für Entspannung zu sorgen. Das ändert nach wie vor nichts an dem mittelfristigen schwierigen Bild. Insofern gilt auch hier die Kernaussage der letzten Monate. Die Aktienmärkte sind immer noch auf der Suche nach dem Boden und wir sind einfach jetzt auf der Zeitebene ein Stück weiter vorangekommen. Ganz kurzfristig sieht es gar nicht so schlecht aus. Mit diesen extremen pessimistischen Sentimentwerten kann es durchaus sein, dass die Aktienmärkte zwischenzeitlich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen wieder eine kleine Rallye hinlegen werden. Soviel zum Update an den Aktienmärkten. Kommen wir zu unserem Titelthema. Chancen. Also das Umfeld ist schwierig genug, also macht es auch noch mehr Spaß, einmal über Chancen reden zu können. Chancen an den Rentenmärkten. Unter der Überschrift, endlich wieder Coupons bei Staatsanleihen, habe ich Ihnen heute die Renditeentwicklung der amerikanischen Staatsanleihen, der US Treasuries mitgebracht. Auch dort hat seit dem Jahresanbeginn von einem Zinsniveau von etwa 1,5 Prozent ein sehr, sehr deutlicher Zinsanstieg bis heute stattgefunden. Begleitet durch die Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank ist der Zins für zehnjährige Anleihen in den USA auf fast 4 Prozent geklettert. Das ist deutlich. Warum komme ich dann, wenn die Zinsen steigen, zu der Überschrift Chancen an den Rentenmärkten? Aus dem Grund, weil wir aktuell einfach zum ersten Mal seit Jahren uns in den verschiedenen Rentenmarktsegmenten wieder auskömmliche Renditen einkaufen können. Eine Übersicht. Wie gesagt, zehnjährige US-Staatsanleihen bei knapp 4 Prozent. Für unsere zehnjährige Bundesanleihe gibt es momentan etwa zwei Prozent, nachdem wir viele Jahre lang negative Zinsungen hatten. Unser Nachbarland, die Franzosen, bieten Ihnen etwas mehr. Die bieten in rund 2,5 Prozent für zehnjährige Anleihen. Und die Italiener aktuell über vier. Letzte Woche in der Hektik, die wir aus UK wie geschildert bekommen hatten, waren es zeitweise sogar fast fünf Prozent für die Anleihen. Dazu kommt, speziell wenn wir in die USA schauen, gibt es über die gesamte Laufzeitstruktur, also beginnend ruhig am kurzen Ende von zwei Jahren Laufzeit bis etwa 30 Jahre Laufzeit, etwa vier Prozent Zinsen. Das ist ein Zinsniveau, das wir zum letzten Mal in den Jahren, in dem Bereich 2010, 2011 hatten. Also das sind mit die höchsten Zinsen seit über zehn Jahren. Das gilt eigentlich für alle Regionen. Sie können jetzt natürlich sagen, ja Herr Winkler, vier Prozent in den USA oder zwei Prozent Mitte einer Bundesanleihe. Wir haben doch Inflationsraten von etwa zehn Prozent. Erstens ist das doch viel niedriger als Inflationsrate und wo liegt denn da eigentlich die Chance? Die Antwort dazu kommt gleich. Neben dem Segment der Staatsanleihen gibt es noch das Segment der Kreditmärkte, also der Unternehmensanleihen. Auch hierzu habe ich Ihnen heute eine Übersicht mitgebracht. Also wer sich nicht mit der Verzinsung der sicheren Staatsanleihe zufrieden geben möchte, sondern auch in den Bereich Unternehmensanleihen investieren möchte, kann ich Ihnen sagen, auch das ist momentan extrem attraktiv. Warum? Die Attraktivität oder Nicht-Attraktivität der Verzinsung von Unternehmensanleihen kann man am besten am Risikoaufschlag ablesen. Und zwar Risikoaufschlag in der Form, wie viel höher ist denn der Zins, den mir dann ein Unternehmen zahlt, als der sichere Zins der Staatsanleihe. Auch dafür gibt es Indizes, genauso wie es eben auf den Aktienmärkten die Aktienindizes gibt, gibt es auch für die Kreditmärkte spezielle Indizes. Ich habe Ihnen heute aus der Eurozone einen Index für europäische High-Yield-Anleihen mitgebracht. High-Yield, also hochverzinslich, zeigt schon an, dass es sich hier bei diesem Beispiel im Unternehmen mit nicht so guter Bonität handelt, eben nicht mehr im Investment-Grade-Bereich. Das Interessante daran ist doch, mit wie viel Zusatzverzinsung bekomme ich dieses höhere Risiko bei diesen Unternehmensanleihen vergütet. Und auch hier fällt aktuell auf, am Jahresanfang, in diesem Jahr, Anfang 2022, lag der Risikoaufschlag etwa bei 2,5 Prozentpunkten oder 250 Basispunkten. Und wir hatten am Jahresanfang bei uns immer noch den Zins von fast null. Das heißt, die echte effektive Verzinsung für europäische High-Yield-Anleihen lag am Jahresbeginn in dem Bereich etwa 2,5 bis 3 Prozent. Und jetzt ist Folgendes in diesem Jahr passiert. Wie gerade schon erläutert, sind auch die Zinsen für Staatsanleihen ja massiv angestiegen. Und jetzt sind im Rahmen dieser Entwicklung zusätzlich auch die Risikoaufschläge für die Kreditmärkte angestiegen. Und zwar von etwa 2,5 Prozentpunkten zum Jahresbeginn auf aktuell etwa rund 6 Prozentpunkte oder 600 Basispunkte. Das ist die Zusatzverzinsung, die Sie momentan in diesem Segment erzielen. Dazu Folgendes. Wenn die Bundanleihen momentan etwa 2 Prozent Verzinsung bringen und Sie bekommen hier noch 6 Prozent zusätzlich, reden wir über eine Gesamtverzinsung von 8 Prozent. Dazu kommt, um das Niveau dieses Risikoaufschlags in der Historie einzuordnen. Mit Werten von eben gut 6 Prozent Zusatzverzinsung haben wir wieder das Niveau aus dem Corona-Crash März 2020 erreicht. Das heißt, wir bekommen momentan extrem attraktive hohe Zusatzverzinsungen plus ein sowieso erhöhtes Zinsniveau. Das macht auch Unternehmensanleihen in diesem Umfeld nach langer Zeit wieder einmal wirklich interessant, weil auch hier reden wir davon, dass wir Zinssätze haben, die wir vor gut zehn Jahren das letzte Mal hatten. Das bedeutet, ich kann in sichere Staatsanleihen investieren und sage einfach mal zwischen zwei und vier Prozent, je nach Land. Ich kann auf der anderen Seite der Bonitätsskala in High-Yield-Anleihen investieren. Da bekomme ich etwa sechs Prozent zusätzlich. Und wenn mir das zu risikoreich sein sollte, kann ich auch gerne in Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität investieren. Da bekomme ich aber nicht sechs Prozent Zusatzverzinsung. Da bekomme ich momentan etwa gut ein Prozent Zusatzverzinsung. Das würde heißen, auf die zwei Prozent der Bundesanleihe plus ein Prozent. Dann könnten Sie damit drei Prozent zum Momentan erzielen. In den USA vier plus eins etwa fünf Prozent. Das sind die Verzinsungen aktuell für gut benotete Unternehmensanleihen. Also in jedem Segment des Rentenmarktes bekommen Sie unserer Meinung nach momentan attraktive Kaufgelegenheiten. Und attraktive Kaufgelegenheit begründe ich Ihnen jetzt gerne. Wir glauben, dass die Spitze des aktuell laufenden Inflationszyklus, das sogenannte Inflationspeak, jetzt bald erreicht sein sollte. Warum? Also zum einen glauben wir, dass durch die permanenten Zinserhöhungen der Notenbanken die Konjunktur so stark abgekühlt wird, dass von der Seite sich der Druck auf die Inflation abbaut. Und zum Zweiten, und das wird meiner Meinung nach momentan, finde ich, sehr häufig vergessen, der ursprüngliche Treiber für das Ansteigen der Inflationsraten seit über einem Jahr waren die steigenden Energie- und Rohstoffpreise. Fangen wir mit den Energiepreisen an? Also wir schauen alle auf Öl, momentan in der Eurozone noch speziell auf Gas, aber nehmen wir den Ölpreis. Der Ölpreis hatte in diesem Jahr Spitzenwerte von über 130 Dollar je Barrel gehabt. Wir liegen aktuell unter 90. Das sind 40 Dollar Preisrückgang im Öl seit dem Sommer, also etwa 30 Prozent. Und nicht nur der Ölpreis ist gefallen, sogar der Gaspreis ist in den letzten Wochen gefallen. Auch dort, da hatten wir das Kurs hoch oder das Preis hoch noch erst im September gehabt, aber in den letzten Wochen von der letzten Spitze des Gaspreises, auch in Europa, ist der Gaspreis auch etwa um 30 Prozent schon gefallen. Das zeigt, bei den Energiepreisen findet momentan schon pürpür eine Entlastung statt. Und bei den Rohstoffpreisen, also gerade Metalle, das, was für die Industrie wichtig ist, zum Beispiel Aluminium oder Kupfer, auch dort sehen wir seit dem Frühjahrs- oder Sommerpreishochs inzwischen Kursrückgänge von 30 bis 40 Prozent. Also bei den Vorläufern findet momentan schon eine deutliche Preisreduktion statt. Wir sehen sie noch nicht in den Inflationsraten, weil die Inflationsraten momentan durch zweite und dritte Runden geprägt sind, durch die Preissteigerung in vielen Segmenten. Aber auch dort wird sich unserer Meinung nach in den nächsten Monaten, wenn der Trend der fallenden Rohstoff- und Energiepreise weiter andauern wird, eine Entspannung anzeigen. Und die momentan gerade wieder aus Deutschland der Eurozone veröffentlichten Erzeugerpreise mit momentanen Preisanstiegsraten von in dem Bereich 35 bis 40 Prozent, auch das wird sich unserer Meinung nach in den nächsten Monaten abkühlen und entspannen. Und wenn wir dann eine Entspannung an der Inflationsfront in den nächsten Monaten bekommen sollten, lässt natürlich auch automatisch der momentan hohe Druck auf die Notenbanken nach, die Zinsen so stark weiter zu erhöhen. Insofern glauben wir, dass wir mit den erreichten Zinsniveaus am Kapitalmarkt in der gesamten Bandbreite aufgezeigt von 2 Prozent für die Bundesanleihen bis etwa 8 Prozent für die High-Yield-Anleihen, wir wohl relativ nahe an einem Renditehochpunkt sind. Und wenn die Inflationsraten in den nächsten Monaten sich entspannen sollten, sogar dann beginnen sollten zu fallen, ist es durchaus möglich, dass auch die Zinsen am Kapitalmarkt für diese Anleihen zu sinken beginnen werden. Was bedeutet, sie würden sich zum einen heute einen relativ hohen Coupon einkaufen können und zum Zweiten würden sie bei dann sinkenden Zinsen sogar über Kursgewinne verfügen. Das macht die Anlageklasse Renten für uns momentan strategisch so interessant. So, das waren die drei Themen. Kurz zusammengefasst. Das Chaos in UK der letzten Wochen hat die Renten- und Devisenmärkte noch einmal weltweit deutlich verunsichert und zu erhöhter Nervosität beigetragen. Die Aktienmärkte befinden sich immer noch, das muss man akzeptieren und anerkennen, in mittelfristigen Abwärtstrends. Und solange wir neue Tiefskurse immer wieder machen, sind diese noch intakt. Das heißt, die Aktienmärkte bleiben immer noch auf der Suche nach dem Boden. Aber, wie aufgezeigt, mit dem aktuellen extremen hohen Pessimismus ist eine technische Gegenbewegung, und die kann durchaus 10, 15 Prozentpunkte dann betragen, jederzeit möglich. Wir haben genau diese Phase schon im Juli, August gesehen. Kann jederzeit jetzt wieder passieren. So, und da, wie gerade geschildert, die Energie- und Rohstoffpreise bereits zweistellig rückläufig sind als Frühindikator für zukünftige Inflationen, glauben wir, dass der Inflationszyklus inzwischen sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Und wenn der sehr weit fortgeschritten ist, glauben wir eben auch, dass der Zinsanstieg an den Rentenmärkten, wie gerade mit mehreren Beispielen aufgezeigt, auch sehr weit fortgeschritten ist. Und insofern sehen wir momentan strategische Kaufgelegenheiten an den Renten- und Kreditmärkten. Und es bleibt Ihnen je nach Risikoappetit überlassen, ob Sie im Bereich der sicheren Staatsanleihen verbleiben wollen, ob Sie in gute Unternehmen investieren möchten oder ob Sie sogar bereit sind, in nicht so stabile Unternehmen mit einer hohen Zusatzverzinsung zu investieren. Wie auch immer, die Coupons, die wir momentan uns einkaufen können, die haben wir seit vielen Jahren nicht gesehen. Und ich glaube, wir werden diese hohen Coupons auch nicht für lange, lange Zeit haben. Also insofern sind das für uns wirklich strategische Kaufgelegenheiten. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihr Michael Winkler.